So Leute, der Tag der Tage ist gekommen. Irgendwie war es ja klar, wir befinden uns hier bei mir im Garten und ich wurde tatsächlich nominiert für die Ice Bucket Challenge. Da sieht man zwar kein Eis drin, das liegt einfach, aber sehr kalt, oder? Sehr schön kalt. Das liegt da dran, das ist so kalt das Wasser, dass das Eis schon geschmolzen ist. Ah ja, nee. Gib zu, das Eis haben wir eben gegessen. Das ist kein Problem. Ja, okay, da war Eis drin, haben wir eben gegessen. Deswegen, ja, auf jeden Fall, ich wurde nominiert und ich dachte mir, komm, dann machst du das auch einfach mal, weil es ist ja wirklich für einen guten Zweck. Man muss dazu sagen, also das ist für diese Nervenkrankheit ALS. ALS, ne? Ich kann heute nicht mehr reden, das wurde gestern etwas später. Und jetzt müssen wir natürlich das auch noch machen. Auf jeden Fall werdet ihr den Link dann für ALS unterhalb dieses Videos finden und ihr könnt natürlich auch mal auf der Seite vorbeischauen, alsa.org, also ALSA. Ja, genau. Guckt einfach mal vorbei. Ich finde, das ist wirklich eine coole Sache. Das haben ja auch schon echt viele gemacht. Ihr habt da wahrscheinlich auch schon das mitbekommen und so. Ja, und ich würde jetzt gar nicht sonst so lange reden. Wobei, ich glaube, ich nominiere jetzt schnell noch ein paar Leute. Also, für die Challenge nominiere ich zum einen den Herrn Currywurst, den Curry, Marie Curie, wie auch immer, Drunken Schokomuffin, ich hoffe, sie macht das, und Frank Sirius. Ihr könnt ihm mehr mal in die Kommentare schreiben, dann wird der Herr das bestimmt gerne machen, wenn er noch nicht nominiert worden ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich glaube, ich ziehe auch, wie Sarah das gemacht hat, mal kurz die Schuhe aus, weil, ja, ne? Und nicht, dass der Kameramann jetzt gleich umkippt. Das ist übrigens ein bisschen nass. Das Gras ist nass, aber das ist jetzt, ja. Ist egal. Okay. Ja, genug gedrückt, ich finde, er ist jetzt dran, oder? So, und? Schöne Lade. Das war mal wirklich so. Natürlich war das. Ja, vielen Dank, ne? Ich hoffe natürlich, dass die Nominierten das machen. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Guckt einfach mal auf der Seite vorbei. Spendet einfach mal ein paar Euro. Ist wirklich für eine gute Sache. Ich finde, das ist echt, echt eine coole Aktion. Und ich bin raus. Ich gehe jetzt erst mal, ne? Tschöö. Ja, Tropfen ist wichtig. Schön.